Eine saubere Fassade zu erhalten bedeutet ein gutes Image zu pflegen. Schließlich ist die Außenfassade das größte Aushängeschild eines Unternehmens. Dieser wichtigen Aufgabe widmen wir uns seit 50 Jahren mit Leidenschaft. Wir hören zu, analysieren und finden individuelle Reinigungs-, Pflege- und Sanierungskonzepte für jede Art von Fassade. Mit unserem Know-how bieten wir Lösungen, die passgenau auf Ihr Gebäude zugeschnitten sind und somit langfristig dessen Wert erhalten. Unsere erfahrenen Reinigungsexperten treffen die richtige Auswahl an Pflegemitteln, die wir größtenteils selbst entwickeln. Dabei ist die richtige Applikation der Schlüssel zum Erfolg. Wesentliche Voraussetzungen sind dabei das Auffangen der Schmutzflotte und ein umweltschonendes Verfahren. Denn der Nachhaltigkeitsgedanke spielt auch in der Fassadenreinigung für uns eine gewichtige Rolle. Die Einhaltung technischer Standards und die Beachtung aller relevanten Sicherheitsvorschriften sind für uns ein absolutes Muss. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit der Firma Koba im Bereich der Pflege der Außenfassaden zusammen. Das Konzept und die Beratung haben uns sehr überzeugt und die anschließenden Arbeiten sind mehr als zufriedenstellend abgelaufen. Wir wurden stets freundlich und kompetent beraten. Wir können Koba jederzeit weiterempfehlen. Wir kümmern uns um Ihr Aushängeschild, damit Ihre Fassade und damit Ihr Unternehmen weiterhin in Ihrem vollen Glanz erstrahlt. Koba – Service erleben, Werte erhalten.